Ähm, waren Sie auf der WHO oder in St. Gallen? In St. Gallen? Keine Angst, wir haben beide Antworten richtig gewesen. Willkommen bei der WCG. Jeder BWLer, der an der Uni plus rumgeschaftelt hat, wird Berater. Weißt du, da kann ich meine Core-Skills einfach voll developen. Und dann buckeln sie als Junior, consulten sie ihre 100 Stunden in der Woche. Wir sind beim Kunden all over, 24-7. Und machen nix anders als Telcos und Slides. Die STC-Slides will ich EOB, kein Deep Dive, nur Insights. Und ja, nicht over-engineeren, okay? Aber die meiste Zeit fliegen sie ja sowieso nach Frankfurt oder Düsseldorf. Du, ich muss jetzt muten. Take off in two minutes. Ey, aber bald bin ich honn. Und während die normalen Menschen im Biergarten sind, hocken sie im Büro und sitzen die Zeit ab, weil sie keiner Geher traut. Ähm, ich würde jetzt dann heilen... Ey, wir sind mit der Deadline so tight getaktet, das ist beyond. Chargeability, KPIs, hallo? Und damit sie die Zeit schneller rumkriegen, stellen sie um 10 Uhr nochmal ihr Delivery-Essen. Okay, das wird ein All-Nighter. Wenn wir all fine mit Sushi sind, dann sind wir agreed, okay? Natürlich auf Expenses, weil des lernen sie ja als erstes. Die Burger waren jetzt da. Also die Burger waren jetzt da. Burger? Ich dachte wir wären on the same page mit Sushi. Was? Also da war ein Communications Gap. Jetzt meinst. Und sobald sie dann gar keine sozialen Kontakte mehr haben, werden sie Senior Consultant. Partner-Fast-Tracks. Und dann fahren sie jeden Tag um halb 8 Uhr mit ihrem lang ersehnten Porsche Cabriolet von Tiefgarage zu Tiefgarage. Und mit Anfang 40 haben sie dann eine Lebenskrise. Das addet einfach keinen Value mehr im Big Picture. Und bilden sich ein, sie müssten jetzt ein Start-up gründen. Wo es dann merken, dass man Verantwortung übernehmen muss und nicht bloß Expenses kommt. Der Approach war einfach zu bullisch. Und die weiblichen Berater, die wollen dann plötzlich doch Kinder. Und stellen dann fest, dass ihnen dank ihrer Karriere vor 10 Jahren der Mann davon gelaufen ist. Mein Success ist einfach zu intimidating für Männer. Das musst du dir mal vorstellen. Da schickst du die Berater von München nach Frankfurt und die von Frankfurt nach München. Bloß, dass die keine Freunde finden. Auf sowas musst du erst einmal kommen. Das ist eigentlich schon wieder genial, oder?